Hey Leute, willkommen zum Doom 100% Kills Walkthrough mit mir, Renton. Wir spielen Ultimate Doom auf Ultraviolence in der Doom Classic Complete Collection für die Playstation 3. Das ist Episode 1, Mission 3 Toxin Refinery. Viel Spaß Leute! Alles klar Leute, hinter dieser Tür sind einige Zombieman, Shotgunner und Spectres und Demons. Demons sind die pinken Schweine und Spectres sind die durchsichtigen Schweine. Ihr werdet es gleich sehen. Okay, öffnet die Tür, nehmt die Chain Gun, erledigt alles was auf euch zukommt und versucht euch hier ein bisschen zu verstecken. Und hier haben wir das pinkene Schwein, den Demon und den unsichtbaren Aufgleich. Gut, wechselt auf die Schrotflinte und versucht hier hinten die Gegner auch direkt zu erwischen. Welche ich schon erledigt habe. Alles klar, sammelt alles ein. Schaut euch um. Und hier haben wir die blaue Tür, aber noch keinen blauen Schlüssel. Dazu kommen wir später. Okay, nimmt wieder die Chain Gun. Und hinter dieser Tür sind ein Haufen Imps, Zombieman, Shotgunner und ein Fass. Versucht das Fass sofort zu erwischen. Um einige Gegner schon mal vorher zu killen. Wechselt auf die Schrotflinte. Und snipert ein paar Gegner aus der Entfernung. Jawohl. Äh, an dem Fenster hier links versucht runter zu schießen und das Fass zu erwischen was da steht. Genau so. Zack. Okay, und ihr könnt die Mehrzahl an Gegner, wenn nicht sogar alle, die hier unten sind, erledigen auf die Art und Weise. Ich schaue nochmal nach. Hier ist ein Imp. Und ein Zombieman. Alles klar. Wenn ihr den Lift hier hoch nehmt, habt ihr ein paar Bonuses und Munition. Geht hier rüber, flippt den Switch. Geht hoch, checkt ob links alles erledigt ist. Und hier rechts ist eine Tür jetzt aufgegangen, ein Gang. Nehmt die Chain Gun. Und kümmert euch um den Haufen an Shotgunnern, die hier oben ist. Und hier oben sind noch ein Haufen anderer Gegner. Shotgunner, Specters, Imps und Demons. Alles zu finden hier oben. Ich wechsle auf die Strutflinte, weil die ein bisschen genauer ist. Okay. So. Haben wir alles? Wir haben alles. Und wir haben den gelben Schlüssel. Den braucht ihr später für ein Geheimnis, für ein Secret Room. Sammelt alles ein. Guckt euch um. Hier ist ein Lift versteckt. Und hier ist ein Lift versteckt. Die Lifts gehen nur runter, wenn ihr sie triggert durch die Treppenstufe. Also geht runter. Rennt wieder hoch. Nehmt den Lift. Macht die Wand auf. Geht runter. Kilt die Imps. Alles roger. Macht den Vorsprung hier runter und ihr erhaltet den Soulsphere. Beeilt euch, denn hier könnt ihr die Wand auch nutzen. Sorry, ich habe ein bisschen überlegen müssen gerade. Kilt die Imps hier drin. Nehmt die Items. Und ihr bekommt einen Rocket Launcher. Rocket Launcher haben sogenannte Splash Damages. Wenn ihr gegen die Wand schießt, werdet ihr auch getroffen. Das kennt ihr ja vielleicht aus anderen Spielen. Deswegen nehmen wir im engen Raum lieber die Shotgun. Gehen hier durch. Gehen auf das Geheimnis. Flippen den Switch. Machen das Geheimnis hier auf. Nehmen die Items mit. Sammeln alles ein. Gehen den Lift hier hoch. Und wir sind wieder hier. Genau. Okay. Nehmt die Jangan. Macht das Fenster hier auf. Und killt die Gegner, die ihr eigentlich später erst treffen solltet. In einem geheimen Raum. Na, das hole ich später. Macht hier die Tür auf. Habt die Jangan ready. Und killt die Imps. Und die Shotgunner. Okay. Um die Ecke sind ein Haufen Gegner. Deswegen nehme ich den Rocket Launcher. Und schieße drei Schüsse rüber. Nehmt die Jangan. Guckt, was übrig geblieben ist. Und Sniper mit der Schrotflinte den Rest weg. Okay. Links und rechts nicht runterfallen. Hier sind Poison Zeichen. Und wenn ihr diese Zeichen seht, wisst ihr, wenn ihr runterfallt, habt ihr keine Möglichkeit mehr hochzukommen. Geht hier rüber. Erledigt den Imp. Und in die Mitte könnt ihr fallen. Das ist weniger tragisch, weil hier unten befindet sich ein Switch. Den könnt ihr betätigen. Und die Plattform hier geht auf. So, der nächste Part ist ein kleines bisschen tricky. Geht hier rechts leicht um die Ecke und versucht das Fass zu erwischen. Sauber. Nehmt die Jangan. Und kümmert euch um die Gegner hier. Sehr gut gelaufen. Im nächsten Raum erwarten euch zwei Zombieman und der blaue Schlüssel. So, wenn ihr den Schlüssel nehmt, wird die erste Falle des Spiels, die erste Trap, getriggert. Und zwar wird der Raum dunkel und links erscheinen Imps. Ich nehm den Schlüssel, schieße eine Rakete auf die Imps und wechsle dann auf die Schrotflinte, um den Rest zu erledigen. Genauso. Nimmt die Items und versucht hier aus dem dunklen Raum wieder rauszukommen. Okay. Gut. Dann sind wir mit der Area hier fertig. Ich hab doch gesagt, wir treffen uns wieder. Wir nehmen alles mit. Gehen wieder raus in den Flur. Und durch den Switch, den wir vorhin geflippt haben, ist die Brücke hier hochgegangen. Dazu kommen wir aber später. Geht jetzt erstmal durch die blaue Tür. Nehmt die Chaingun. Räumt hier ein bisschen auf. Okay. Und erledigt den Zombieman und versucht hier auch einige auf einmal zu erwischen. In dem Raum rechts sind sehr sehr viele Shotgunner. Ich lass meine Shotgun equippt, weil ich sie als Sniper Rifle benutze. Weil die auf Entfernung ziemlich gut funktioniert. Nehmt ein bisschen Deckung mit der Wand. Switcht links und rechts und schaut, dass ihr alles erwischt. Okay. Also hier oben haben wir einen Haufen Imps. Die Treppe hier geht hoch, sobald ihr sie berührt. Versucht es fast zu erwischen und ja. Läuft doch super. Hier sind wir im Exit Room. Und könnten theoretisch die Map hier verlassen. Was wir aber nicht tun. Wir nehmen nämlich den geheimen Exit, um das geheime Level von der ersten Episode in Doom zu erreichen. Sammelt hier noch ein paar Items auf. Ein bisschen Munition. Je nachdem was ihr braucht. Und geht zurück. Wenn ihr jetzt hier über die Stufe lauft, wird links um die Ecke eine Tür geöffnet. Hier müsst ihr auf jeden Fall rein. Achtung. Und drin sind wir. Kümmert euch um den Imp hier oben. Genau so. Geht die Treppe hoch. Nehmt alle Items mit. Nehmt die Chang Gun. Geht durch die gelbe Tür. Und versucht alle Gegner hier unten, so gut es geht, zu erledigen. Ihr habt keine Möglichkeit, anders an diese Gegner zu kommen. Ihr könnt auch die Munition von denen nicht aufsammeln. Nicht möglich. Also wenn ihr 100% Kills wollt, müsst ihr hier auf jeden Fall hoch und hier die Gegner erledigen. Und was haben wir hier? Wir haben einen Soul Sphere und einen Invisibility Sphere. Invisibility Sphere machen einen unsichtbar. Kann von Vorteil sein, kann aber auch von Nachteil sein. Gegner, die euch nicht sehen, können gegebenenfalls unberechenbar schießen. Was bedeutet, ihr könnt euch nicht auf Patterns verlassen und Schüssen gegebenenfalls ausweichen. Auf der anderen Seite ist Invisibility extrem gut für Zombieman und Gunman. Und ja, ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr es gut findet oder nicht. Und schauen, wie ihr es einsetzt. Okay, wir sind fertig mit allem. Gehen hier durch den Raum, töten den Imp. Die Wand hier geht hoch. Normalerweise werden hier die ganzen Gegner. Und wenn ihr ein Stück weiter lauft, geht rechts hier eine Tür auf mit einem Imp und einem Demon. Kümmern, kümmern euch drum. Nehmt die Shotgun und tötet die vier Imps, die jetzt kommen. Fünf sogar. Alles klar, super gelaufen. Das müsste es gewesen sein. Wir müssten alle Gegner in Toxin Refinery getötet haben. Geht hier hinten entlang. Ihr habt hier den Secret Exit. Dreht euch um. Geht den Fahrstuhl hoch. Und nehmt hier die Rockets auf. Sehr schön. Geht zurück, flippt den Switch und wir sind fertig. 100% von allem. Wunderschön. Das war Toxin Refinery. Definitiv höherer Schwierigkeitsgrad. Definitiv noch nicht so schwierig, wie es noch werden wird. Ich mag die Map. Ich mag die Secrets. Das ist einfach angenehm. Ne angenehm, schöne Map, die mir Spaß macht. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch Spaß gemacht habt, lasst ein Abo und ein Like da. Wäre cool. Vielen Dank und wir sehen uns in der Secret Map Military Base. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.